Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Wir sind hier in, na jetzt muss ich gerade sagen Tiefenschlucht, aber das wäre falsch Äh, oh, wieder fertig, wow Ähm, ne, wir sind hier in, äh, was sind wir denn? Aratibecken Aratibecken, genau Ja, wollen wir den Eis noch mal in den Arsch treten Wir haben hier diese tolle Woche Wo ist sie denn? Hä, fehlt da nicht der Buff? Hm? Ist doch BG-Wochenende, im Moment ist das BG-Wochenende Genau Bonuswoche Schlachtfelder beginnt, jetzt gibt es richtig dick Ehre Also für alle die, die sich, äh, die ihre Twings oder sonst wieder equippen wollen Fangt mal an, ne? Ist besser so Jetzt kann man so schön dick Ehre farmen Ja, was hat sich geändert? So ziemlich wenig Ich hab, äh, ja gut, ich hab wieder das Season 2 Legion Set gemocht, ne Season 1 Season 1 Oh, Proc-Entsieg dir drin Das war's glaub ich soweit Oder? Hat sich hier was gerne? Nö, da war Ja, hier sowieso alles gleich Sorry, hier Genau, ne, das bleibt auch soweit gleich Den Schild hab ich drin Das Einzige, was ich jetzt Spaß halber mache Ich lauf mit Siegel des Lichts rum Warum? Hier steht 50k Ein Lichtblitz halt mit 50k Tut er natürlich nicht Ja, halt kritisch 64 Ach man Bearsch mich nicht Danke Ach nee Puh Nicht für ernst nehmen Nicht für bare Münze nehmen Ich probier da einfach Spaß halber rum Ich bin ja eigentlich wieder überlegen Das hier zu skillen Ah egal Es gab ja einen neuen Patch Für Wovon, wie viel hat das hier? 1000 54 Das wäre 1000 Nee Ähm, ja Es gab einen neuen Build Für die Beta Ähm Muss ich mal gucken Ob ich die Tage Zeit finde Zu streamen Dann könnt ihr euch ein bisschen reingucken Wurden ein paar Sachen wieder geändert Wurden viel Wurde viel an den Zahlen verändert Und Blizzard Macht irgendjemand den anderen Als würden sie die Schlagzahl Der Builds erhöhen Ich glaube letzte Woche Gab es zwei Die Woche davor glaube ich Auch pro Woche Jetzt ist Schon einer aufgespielt worden Der war auch sehr still Da ich glaube innen von Zwei Stunden war Zwei, drei Stunden war alles fertig Normalerweise haben sie so eine Dauert, dass so drei Es dauert so sechs Stunden Oder mehr Bis alles Scheiße Ich hau hier ab Das ist sinnlos Genau Da kann man wirklich abhauen Moment Ich hab da so ein bisschen was im Hals In der Nase Ich hab Bin ich krank Oder erkältet Aber Ja irgendwas ist da dann doch Ja jetzt Natürlich nur gucken Hier Deft einer Wer sind das? Ah ein Shami Kommt es dann noch nicht mal Und noch einen hinterher Brauchst gar nicht so rum zu zappeln Mein Freund Machen wir die Wall ab Was ist denn der schon wieder? Ach der ist immer noch da drin Die hätten erwischt Kriegst jetzt einen Stun Und stirb Dann loot mir dich gleich Dass du nicht auf deine Gedanken kommst Natürlich Er kriegt mich jetzt Nc Ja das wird nix Komm mach Master Spell Oh mach da nix Jetzt heil ich mich mal durch Na komm her Ich werde eh sterben Ich hab ja nix mehr Ja Grip mich dann nochmal rum Schön durch die Gegend Eigentlich lustig Wohin Die ist deutlich besser Ja natürlich Klar Aber es kommt halt immer drauf an Jetzt haben wir wahrscheinlich hier Ich hab wahrscheinlich Das ist eine Gruppewicht Die sich ausstattet Und Gegner Die sich nicht ausstatten Hab allerdings nicht Auf die Gegner geachtet Mal gleich mal machen Achso der hat ja schon Dann kann ich das Waffen Was haben die Gegner denn Nö die haben Soweit Equip Kriegst ein Stunt drüber Damit du nicht Auf dummer Gedanken kommst Dann kann man den heilen Ne Rechtsspruch verwende ich dafür Nicht Bellscrim Bellscrim Schlecht Guck mal Er geht noch Ne geht nicht Jetzt geht er So Wo ist irgendwas Was haben wir denn jetzt Ja Hof haben wir nicht Schön wir haben Mine Das ist ganz wichtig Dass wir eine Mine haben Das ist ja ganz wichtig Dass alle wieder Mine reiten Ja Ja Ne Das sieht eben Komplett anders Also Pff Oh da ist einer Zwei Dann gehen wir da auch hin Der kommt da hin Er hat Lower Cap Moment jetzt muss ich gehen Ja Ja Decay Stunnen wir mal Ach wir haben ja schon Re-Tab Schön gemacht Mädels Stolz auf euch Hallo Rogue Keiner mag dich Keiner will dich Keiner braucht dich Deswegen kriegst du ein Stun Hör doch mal auf So rumzulaufen So rumzuspinnen Du spinnst doch einfach nur Geht doch Ach der lebt ja immer noch Jetzt nicht Du scheiß Pad Geh mich auf den Hoden Mein Gott Schamir kriegt erst mal Stun Wings ab und wahrscheinlich Wenn wir gleich Instant umfallen Ja fast Ich hab nichts mehr sterbt Jetzt war das noch ein Demon Ein Demon Hunter Genau Ein Was war es Ein Ja Demolog Wobei 70k Ist nicht viel Das ging wieder in die Hose Du hast es ja normal Im Moment Das erinnert mich ja Das lief vorhin ganz anders Gut da war ich War mal zu dritt unterwegs Aber gut Die Truppe ist Ja die Truppe ist echt Kacke Sorry Leute reißt euch zusammen Das Quatsch ist so viel Ich muss wieder gehen Unglaublich Obwohl am Stück Hab ich auch heute Gar nicht geredet Also so Durch und durch Klar geredet schon Man ist ja Nicht weltfremd Man ist ja eigentlich Irregelmäßig Im TS Aber Gott Warum Tyler Gefühlt keinen Schön Warum sind die hier draußen Schöne Rogue Windwalk geht weg Du kriegst Nen Stun Oh Die kann man schön Runterzimmern Aber definitiv Viele PvE sind halt unterwegs Oh Nervt nicht Ich könnte zwar schwören Dass ich das Die kaputt gemacht Aber Geht er jetzt down Megakill Oh ist da noch was Respawn Nein Dann können wir wieder buffen Keiner will Das wundert mich nicht Der Deft Einer Geht dann mal im Auge behalten Aua das tut weh Vollkommen aus Und wir tappen durch Geil Bär sie Ähm Kampfrausch Geil Priest du hast ein Problem Die alle haben da ein Problem Geil Geil Okay das hätte ich noch nicht machen müssen Egal Fahre noch den hinterher Zack Die pass wieder raus Macht denn der Heal eigentlich Da ist nicht viel Oh Okay die Vine Storm hat irgendwas richtig Ah okay das war am Hof Äh wo ist jetzt wieder was Hof ist nix Das haben wir nicht Oh dieses Das V Das ist echt scheiße zu verteidigen Lieber ein Dreieck hier Äh Hof Schmiede SW Wie immer Die Allianz macht dann Stahl Schmiede Mine Was ist godlike Oh acht Stück Tatsächlich Ach ein Rogue Was macht der da Was zum geil macht der da Motor ab So die wollen zergen Nein das tun wir uns nicht dann Komm lieber weg da weg Nicht backpedal Nicht backpedal Nicht backpedal Nein Nicht backpedal So schlecht bist du doch gar nicht Ja nicht backpedal Das kannst du nicht bringen Der da oben Oh der hat Ink Da müssen wir hoch Dem müssen wir helfen Läuft doch Naja gut okay Wir haben jetzt knapp 100 Punkte Etwas mehr als 100 Punkte hinten dran Ha geil Das gefällt mir Richtsbruch drauf Dann kann er nicht mehr Er stirbt eh Weil er keinen Cloak mehr hat Kroms In der Luft In der Luft What Ach so Das ist totem geil Weil ich nicht aufgepasst habe Schön Ah Drowny Klasse Super Oh man Im Nachhinein Man guckt ja immer die Videos durch Zu wissen Ob man ja Ob alles in Ordnung ist Ob es Probleme Fehler gibt Oder irgendwie Oder ob Tonaussetzer war Oder so Krempel Wenn man sich das dann anguckt Und manche Fails feststellt Da denkt man auch nur Im Nachhinein Scheiße Das habe ich ja immer Quatsch gemacht Ich hätte doch noch das Das und das machen können Aber im Eifer des Gefechts Ne Geht das dann nicht immer so Oh jetzt haben wir Stelle haben wir jetzt Na komm Schami Oh nein Hexe Mach nichts Unüberlegtes Mach nichts Unüberlegtes Du wirst das bereuen Denn Stunt zum Beispiel Kriegst du jetzt erstmal ins Gesicht Kriegst du noch einen Oh ja natürlich Das cleverste was du hättest machen können Hallo DK Oh ja garantiert kein Geh Ah ist okay Ich habe Proc Vom Trinket Dann kann das natürlich auch passieren Ach ich freue mich echt so drauf Wenn ich mit Divine Storm Meine Mitspieler heilen kann Wenn man dann Massenhaft Das hat Procs Und hast du nicht gesehen Alles raus damit Ah das wird so geil Ich habe ja im Stream Im letzten Stream Aus der Aus Legion Ist ja noch ein paar Tage her Da hat man es ja sehen können Da habe ich in einem Das war Arena Drei gegen drei Da habe ich die ganze Zeit Nur den Divine Storm gespammt Mit Rechtbringer Richturteil Und so weiter Und Da kommen zwei Das ist mir zu viel Bubble Habe ich Winks habe ich Ach komm Wall ist gleich ab Komm du kriegst mal ein Stun Und jetzt kriegst du die Winks ab Ich habe mich ja nebenan Noch so ein bisschen Dadurch dass wir Siegel des Lichts an haben Heilen wir uns immer so ein bisschen gegen Nicht wirklich viel Das sind glaube ich nur 3-4k oder so Aber es hat gereicht Muss ich mal gucken Ja okay gut Jetzt habe ich das natürlich erhöht Nimmt mal mit Zusätzlich zu dem Shield Genau das ist das ja was in Legion auch der Fall sein wird Das vergessen viele Kleinere Heals So nur so als Beispiel In Divine Storm Heilt In Legion 35.000 Nonkritisch Ohne Ohne Burst Prox oder irgend sowas 35.000 Bei einem Plattenträger mit Zweieinhalb Millionen Live Oder selbst Selbst bei 2 Ne Bei 1,5 Millionen Live Ist das einfach nicht viel Aber das rechnet sich halt alles hoch Das darf man nicht vergessen Und das ist so ein Punkt Der wird einfach vergessen Im MMO Champion Forum Bei den Paladin Ist das wieder Hat da jetzt wieder so eine Sinnlose Diskussion angefangen Dass die Leute einfach vergessen Dass diese ganze Kleine Heilerei Letztendlich einfach Die Leute am Leben erhält Wenn da die ganze Zeit Divine Storm gespermt wird Man hat noch Wie heißt es Man hat noch Segen der Könige Was ja Das gleiche ist Wie Geheiligt der Schild Wenn man das alles halt hat Und dann hat man zum Beispiel Zusätzlich von mir aus noch Segen der Weisheit Gibt ja auch nochmal Mini Heal Wenn man das alles zusammenrechnet Brauche ich mal Dann Da kommt so viel zusammen Und das ist ja nicht so Dass der Gegner Dich einfach böse anguckt Und du stirbst einfach So ist es ja nun auch nicht Hallo Ele Du kriegst erstmal einen Stun Machen wir wieder ein Schild drauf Kriegst nochmal einen Stun Und bist tot Da ist der Hexer Der kriegt einen Hammer Und Judgment Und ist auch tot Ich heile mich jetzt mal selber Den heilen wir mal Können wir auch noch heilen Schade Hätte ich jetzt Hätte ich jetzt Die Flamme des Glaubens Hätte ich so viel So viel Hots Da habe ich dann so 150 200er Ticks Aber egal Ich hab's da halt Alles grün auf dem Bildschirm Stun Nerv Oh Du willst es unbedingt versuchen Na komm her Das ist erstmal ein Iglein So Das schaffst du eh nicht Oh Jetzt müssen wir weg Da ist ein Ele Der Der Müsste ausrasten Das ist ein Hunter Den können wir Wahrscheinlich Irgendwie ergreifen Komm her Kriegst einen Stun Genau Ah Er kriegt ja schon Auf die 12 Und tschüss Und nebenbei noch Wir sind hochgeheilt Schön So gefällt mir das So gefällt mir das Ist doch schön Jetzt habe ich hier zweimal Drown Das stimmt nicht Nee Der ist nicht von uns Können wir nochmal heilen Er hat ja gerade Ein Shadow Einer Du Stück Du Stück Du Stück Code Der hat das Ist vornehmer Komm Geh mal auf den Wall is up Schnell 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 Nein Jetzt konnte ich schon Aufliegen Mehr drücken Keine Bubble Mehr gehabt Nein Alles von vorne Passt Unterschied Oh Jetzt haben die Das gibt es doch nicht Kriegst Stun Kriegst Erfahrung Oh god Kriege ich jetzt Schaden oder nicht Oh Leck mich am Arsch Nein Oh kack Jetzt wollte ich ihm Hand auflegen Oh roh Geh mir nicht Auf die Eier Du bist nichts Du kannst nichts Du wirst nichts Aber du Hör auf zu lecken Lecken ist unfair Freck Oh Oh weg 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 Jetzt machen wir dich Platt Sorry wenn ihr gerade nichts seht Ich sehe auch nicht viel Tröstet euch Ach du Scheiße Was kommt denn da nochmal alles Jetzt sterbe ich Oh was war denn das alles Hat er der Hexer noch dabei Na Shadow Oh nur 40k Das ist aber niedrig Ach zweimal Dafür zweimal Klar wenn es zu wenig Schaden war Kann es er doppelt machen Doppelt gemobbelt hält besser Wie war das Tja ja Der Hammer des Zorns Der wird mir fehlen Wobei es geht ja teilweise auch wirklich Also man muss fairerweise sagen Es geht auch irgendwo ohne Also es ist nicht so Dass man jetzt wirklich Unbedingt auf den Abhängig war Äh das ist also Es geht also ich Da bin auch genug Leute So gekillt Also Das ist es jetzt nicht Bäm Da haben wir nicht gewonnen Ja aber von den Stats her Konnte ich jetzt nicht meckern Ach 5 Millionen Heal Schon hart Der Damage Unterschied zum Ehle Ist so heftig Ne das ist ein Das ist ein Milichermi Okay Ja gut Flammenschock dort Aber selbst wenn man den rausrechnet Und ja gut Feuernovas Ja gut okay Was will man da rumrechnen Damit tötet man direkt ja niemanden Das sind ja kleinere Zahlen Ist ja nicht so Dass der Flammenschock da 25.000 durch die Bank wegkrittet Oder so Und so Geschichten Aber gut okay Naja Hat trotzdem Spaß gemacht Also mir hat es trotzdem Spaß gemacht Auch wenn es ein bisschen Sehr merkwürdig war Ähm ne Ich wollte eigentlich das da Ähm ja gut okay Also ich sag wie immer Vielen 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 Dank fürs Zuschauen Wenn was dann So da ab damit In die Kommentare Twitter oder Facebook Und ähm Ja Wir sehen uns dann Im nächsten Video Oder Stream Tschüss Tschüss Oder Stream Oder Stream